Hi Leute, willkommen bei Tupac VR. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, wir zocken zusammen Trains VR. Wie wir sehen, da fliegt ein kleiner Adler. Ja, in dem Spiel geht es darum, wir müssen eine Zugstrecke bauen und müssen diese, ich drücke das mal kurz weg, müssen diese Sterne einsammeln und auch immer wieder zum Endbahnhof zurückzukommen. Man hatte auch die Möglichkeit, ich spiele das jetzt hier im Sitzen. Also man kann den Tisch beliebig hoch und runter machen. Echt cool gemacht. Wir lassen das zur Übersicht jetzt mal hier. Wir können hier auch die Position wechseln, um uns das Ganze aus einer anderen Perspektive anzuschauen. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, aber wir gucken uns das wirklich von der Seite an. Hier können wir jetzt bauen. So, hier müssen wir um die Kurve. Ja, und schon haben wir es. Zug geht los, holt sich den Stern und kommt vom Zielbahnhof. So, und dann kommt schon auch die nächste Hürde. Die wäre hier. Ich hatte mal drei gemacht zur Probe. So, von der Seite kann man echt immer ein bisschen besser schauen. So, und hier müssen wir jetzt irgendwie eine Weiche hinbekommen. So, genau. Ja, eigentlich ist es ja egal, wie wir jetzt losfahren. Der kann jetzt von hier aus losfahren, holt sich den Stern. Wir stellen die Weiche jetzt um. Ja, das Spiel ist echt was für ruhigere Stunden, sag ich mal. Hey! Auch nett, dass wir hier so weiterhin auch so Soundeffekte haben. Vom Wetter, Windgeräusche und so weiter. Ist auch echt nett gemacht. Okay, kommen wir zum nächsten. Okay, hier haben wir jetzt keine Endstation, sondern müssen auch wieder, genau wie bei der anderen Map, gerade in dem Startbahnhof wieder auch einfahren. Okay, schauen wir mal, wie wir das bewerkstelligen können. So, können wir uns aber auf jeden Fall holen, oder? Ich glaube, um die Kurve, das reicht auch aus. So, hier müssen wir wieder mit einer Weiche arbeiten. Starten wir mal. Schauen wir mal, dass der den Stern da um die Kurve kriegt. Jawohl, holt er sich auch. Okay, jetzt zum Level, weil ich noch nicht gemacht habe. Trains only gather stars of the same color as they are. Sometimes just one train has to collect stars. The rest should head to the station. Ah, okay. Also wir haben jetzt zwei Züge. Der rote Zug muss den roten Stern und der gelbe oder goldene Zug muss den gelben oder goldenen Stern holen. Okay. Das kriegen wir hin. Also kann man besser bauen. So kann ich auch gleichzeitig los. Okay, volle Punktzahl bekommen. Wie weit geht das Ganze denn hier? Also wie wir sehen, schon ziemlich weit. Ein Special Level habe ich freigeschaltet. Okay. Starten wir als Special Level natürlich. Oh. Da haben wir eine rote Zug drin, glaube ich. Oder? Ja, sieht rot aus. Hm, okay. Die Musik ist gut. Die passt jetzt dazu, dass gerade mein Gehirn ein bisschen arbeitet. Ich probiere mal was. Nee, nee. Nein. Ich will gerne wieder. Nee, das passt nicht. Das passt nicht. Warum mache ich hier immer wieder den gleichen Fehler? Mann. Boah, wie löst man das denn? Ja, wir probieren jetzt einfach mal. Was passiert denn, wenn der... Wenn der jetzt zuerst da lang fährt? Ah, okay. Pff. Ah, okay. Ja, das war ja gar nicht schwer. Ich dachte eigentlich, die dürften auf keinen Fall darüber fahren. Okay. Gut zu wissen. Da muss man ja auch erstmal wissen, wie das hier so funktioniert, ne? So, da versuchen wir mal, was mit Weichen hinzubekommen. So, der muss nach da, der muss erstmal nach da, dann fangen wir, dann starten wir. Boah, der war knapp. Ich dachte, ich hätte den schon hingestellt. Hat aber auch geklappt. Und da ist bestimmt wieder das Spezial-Level. Train can freely run through a station as long as there are stars remaining on the map. Ah, okay. Der würde jetzt die ganze Zeit hier lang fahren, bis er alles da ist, also Sterne hat. Okay, probieren wir mal. So, und jetzt holen wir uns mit den anderen beiden. Gucken wir mal, wie das jetzt klappt. Okay, dann starten wir mal. Gucken wir mal, wie das so klappt. Ah, ne, der fährt jetzt, der fährt jetzt nie mehr die... Okay, ich würde sagen, haben wir verkackt. Oder ich hab verkackt. Hey! Das wusste ich ja noch gar nicht. Und was ich da rein kann. Okay, da war ich nicht schlecht. Man ja auch selten, dass man auf seine eigene Modell-Eisenbahn fahren kann. Die Steuerung ist hier ein bisschen. Boah, alter! Okay, wie kann ich jetzt neu starten? Das sind's ja nix mehr. Ich hab's ja verdoubelt. Settings. Reset-Level, genau. Ja, möchte ich resetten. So, jetzt nochmal. So, jetzt nochmal. Okay, dann müssen wir da schon um die Kurve gehen. Ja, so wär's richtig gewesen. So. So. Dann können wir mal los. Wir holen uns den Stern. Kommt, ziemlich verspätet. Kommt, ziemlich verspätet. Okay. Das war's. In den Zug würden wir vielleicht ein bisschen schlecht. Okay, jetzt müssen wir auf jeden Fall was miteinander kombinieren, vermute ich mal. Schauen wir erstmal, schauen wir erstmal, schauen wir erstmal los hier. Ne, ich kann hier nicht mehr anbauen, ne? Ich muss erst auf jeden Fall hier lang. Ich muss erst auf jeden Fall hier lang. Und los, Leute. Und los, Leute. Und die Weichen umstellen. Perfekt. Perfekt. So, langsam kommen die kniffligen Aufgaben. Ich will ja mal unbedingt probieren. Was passiert, wenn die zusammen knallen? Das müssen wir jetzt machen. Und los! Okay. Das ist der Gelbe. Ne, eigentlich ... ... wollte ich den anders bauen. Nein, nein, nein. Ich dachte, der will schon los. Aber der konnte gar nicht los. jetzt müssen wir auf jeden fall mit weichen arbeiten oder das geht so und jetzt bin ich gespannt nicht zusammen perfekt jetzt machen ein special auftrag wird sagen den machen wir noch und den und dann reicht das auch erst mal fürs video wow müsste übertreiben hier ich die alle nein wollte ich nicht ich wollte den gerade bauen genau hier rüber und dann einfach da lang wird starten mal rein in den zug aber hier ist die übersicht nicht so schön ja hat auch gut geklappt ok machen wir den noch ok wir haben da einen gelben zug puh ich glaube die ist gar nicht so einfach die ist nicht so einfach die map glaube ich wenn man wenigstens hier was weg sprengen könnte oder so die müssen ja auch noch in den gelben bahnhof rein dann ist ja das schwierige eigentlich ja bringt mir nix das bringt mir nix boah leute warte mal ich versuche mal was und da ist auch wenn wir den gerade bauen und da ist auch wenn dann ok da geht es scheinbar nicht so lang warte mal vielleicht wenn ich so arbeite nein hart das ist echt hart man muss auf jeden fall mit weichen machen weil sonst wird hat hier nix so vielleicht dann könnte ich die alle umleiten probieren wir einfach mal ne würde ich sagen hat geklappt hat geklappt abo button nicht vergessen und ja wenn euch das spiel gefallen hat ich werde auf jeden fall verlinken guckt euch das mal an wenn euch das gefallen hat wenn ihr gerne so rätselt und knobelt ist es genau das richtige game hier wie gesagt eher was für ruhigere minuten stunden ja ich danke euch fürs zuschauen und bis dann ciao ciao ciao